Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Deadly Since Grand Cross. Wir sind heute beim Dämonenkönig, also das zur derzeit letzte Kapitel, was es gibt. Und da ist mir aufgefallen, dass viele Leute halt eben die 320.000 CC nicht erreichen. Deswegen wollte ich mir ein Team raussuchen, womit wir das Ganze unter 320.000 CC machen. Als Artefaktunterstützung haben wir hier natürlich das Single Target Angriffs Artefakt Set. Plus wir haben Margeret und The One dabei und wir haben natürlich Fraudrien dabei für den Ultrush und Traitor Melee, weil wir halt einfach einen Meliodas brauchen. Ich werde das Ganze hier ohne Angriffsessen machen, einfach in der Hoffnung, dass ihr ungefähr die gleichen Stats hinbekommt mit einem Angriffsessen. Der eine oder andere, die meisten werden noch mehr Angriff haben, das heißt das wird für die dann noch einfacher. Und ansonsten ist eigentlich nur darauf zu achten, dass bevor wir die Ulti von The One hauen, dass wir erstmal mit einer Single Target Angriffskarte angreifen. Denn sobald er unter 50% HP hat, wird er einfach wieder komplett vollgehalten, nachdem der Angriff beendet ist. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall unbedingt die The One Ulti und die muss leider 6-6 sein. Das heißt wir haben hier trotzdem immer noch ein Problem. Aber ja, ein anderer Weg ist mir jetzt erstmal nicht bekannt, es sei denn ihr habt mehr CC, dann ist das Ganze natürlich kein Problem. Wir werden hier den Margeret Buff spielen, die Escanor Single Target und hoffen, dass die Ulti reicht und wir das Ganze hier tatsächlich ohne Angriffsessen machen können. Das sollte glaube ich lang. Ja, perfekt. Damit haben wir das Thema auch schon, sprich ihr braucht auf jeden Fall einen The One mit einem Angriffsgridschaden Set. Margeret ist vollkommen egal, sie hat jetzt bei mir hier zwar das Angriffsgridschaden Set drauf, aber es geht auch mit dem HP Dev Set, denn wir haben Margeret natürlich keinen Angriff benutzt. Und ansonsten, wie gesagt, die 6-6 Ult ist ein bisschen nervig, wenn ihr jetzt im unplausiblen Fall die The One Ulti nicht auf 6-6 habt und aus irgendeinem Grund die Freya Ulti auf 6-6 habt, nehmt ihr natürlich Freya. Aber ansonsten bleibt hier nichts anderes übrig, als entweder mit mehr als 320k CC ihn zu besiegen oder halt eben ganz einfach mit dem Ultrush Team. Dann soll das das für heute mit dem Video gewesen sein. Eigentlich wollte ich heute zwei Videos machen, hat zeitlich nicht so ganz funktioniert. Aber ich hoffe, ich konnte trotzdem einigen Leuten helfen, die eine The One 6-6 Ulti haben und daran gescheitert sind. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!